Ich finde ja, Spiegel Online macht ganz geilen Journalismus. Das Problem ist, die Homepage ist so ein bisschen das neue Print. Das heißt, das Produkt ist eigentlich gar nicht unbedingt schlechter geworden. Die Leute nutzen es aber nicht mehr so wie früher. Wir in der Erikusspitze fragen uns also, wie kriegen wir die Nutzer, die nicht klassisch über die Homepage kommen. Und das meint Audience Development. Die Nutzer kommen ja heute an ganz anderen Stellen zum ersten Mal in Kontakt mit der Marke. Vielleicht, weil sie ein Video bei Facebook gesehen haben oder weil sie einen Link bei WhatsApp bekommen haben oder weil sie nach einem bestimmten Inhalt gegoogelt haben. Und ich als HVD Audience Development mache mir jetzt den ganzen Tag darüber Gedanken. Um welche Zielgruppen geht es? Um welche Formate geht es? Wie kriegt man Menschen dazu, Inhalte zu teilen? Und wie kann man strategisch die Drittkanäle abseits der Home bespielen? Ich stelle mir also ganz viele Fragen. Brauchen wir neue Themenimpulse, um neue Zielgruppen zu erreichen? Wie können wir bereits vorhandene Inhalte noch besser verpacken? Brauchen wir neue Zeilen, damit sich Inhalte besser verbreiten? Welche Geschichte braucht welches Format auf welchem Kanal? Welche Tools können wir benutzen, um mehr über unsere Nutzer und den Erfolg unserer Geschichten herauszufinden? Was bedeutet überhaupt Erfolg für uns? Audience Development bedeutet im Grunde, starken Journalismus noch stärker zu machen. Inhalte der